Die Multiple Sklerose ist eine chronische Krankheit, die das Gehirn und das Rückenmark befällt. Das ist eine Krankheit, die in Deutschland häufig ist, in der Größenordnung von einer Erkrankung auf etwa 1000 Einwohner. Das heißt, in Deutschland leiden in der Größenordnung von 100.000 Menschen an Multiple Sklerose. Das ist eine Erkrankung, die typischerweise bei jungen Menschen auftritt, also zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, manchmal auch etwas früher. Und die auch gehäuft Frauen betrifft. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen liegt so in der Größenordnung zwischen zwei und bis drei erkrankte Frauen auf einen erkrankten Mann. Die Krankheit äußert sich dadurch, dass das Gehirn durch die Erkrankung betroffen ist. Das heißt, es entstehen Symptome, die durch Ausfallserscheinungen oder Reizerscheinungen im Gehirn charakterisiert sind. Ganz typisch sind zum Beispiel Sehstörungen, die mindestens einen Tag anhalten. Farbentsättigung, sprich, dass die Patienten nicht mehr richtig die unterschiedlichen Farben unterscheiden können. Aber auch Symptome wie Gefühlsstörungen im Bereich der Arme und Beine oder des Gesichtes. Doppelbilder, Schwindel bis hin zur Lähmung können in der Frühphase der Erkrankung auftreten. Ganz typisch ist, dass die Symptome mindestens einen Tag anhalten und dann auch ohne Therapie oft sich über Tage bis Wochen wieder zurückbilden. Die Ursachen der Erkrankung sind letztlich nicht wirklich bekannt. Also wir wissen bis heute noch nicht, warum kommt es zu MS, was verursacht MS. Aber wir wissen, es gibt Risikofaktoren. Also wir wissen beispielsweise, dass bei der Erkrankung einerseits eine gewisse erbliche Veranlagung von Bedeutung ist. Wir wissen andererseits aber auch, dass Umweltfaktoren ganz wichtig sind. Und hier spielen wahrscheinlich Faktoren wie Infektionen, aber auch Ernährung eine ganz wichtige Rolle. In den letzten Jahren hat man viel über die erbliche Belastung bei der Multiple Sklerose herausgefunden. Man weiß, dass die MS nicht eine Erberkrankung im engeren Sinn ist, sondern dass da ganz viele unterschiedliche Gene, vorwiegend Gene aus dem Immunsystem, wichtig sind. Ähnlich wie bei anderen Immunerkrankungen wie zum Beispiel dem Diabetes oder der Zuckererkrankung oder der Rheumaerkrankung. Aber diese Gene müssen in irgendeiner Weise zusammenspielen, die man noch nicht richtig versteht. Und diese Gene führen dann irgendwann dazu, dass das Immunsystem nicht mehr richtig koordiniert, funktioniert und versehentlich das Gehirn angreift. Das ist so unsere Hypothese, die wir im Moment zu dieser Erkrankung haben. Die Diagnose einer Multiple Sklerose stellt normalerweise der Facharzt, in dem Fall der Neurologe, der sich besonders gut mit der Multiple Sklerose auskennt. Und die basiert auf drei Säulen. Das ist einmal die Befragung des Patienten nach Symptomen. Das ist zweitens die neurologische Untersuchung des Patienten. Und das ist drittens die Zusatzdiagnostik. Und hier spielt insbesondere die Kernspintomographie, also ein bildgebendes Verfahren, das das Gehirn und das Rückenmark sehr gut darstellen kann, eine Rolle. Und andererseits die Nervenwasseruntersuchung, die den entzündlichen Charakter der Erkrankung sichert und andere Erkrankungen ausschließt. Und das funktioniert normalerweise so, dass der Neurolog gezielt nach den Symptomen fragt. Und typisch sind die Symptome, die ich Ihnen vorhin genannt habe, also Ausfallserscheinungen, die mindestens 24 Stunden anhalten. Dann untersucht der Neurologe den Patienten, arbeitet Auffälligkeiten heraus und dann wird die Zusatzdiagnostik eingeleitet. Und abschließend kann dann die Diagnose einer Multiple Sklerose gestellt werden. Wobei bei der Diagnosestellung wichtig ist, die Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die mehrzeitig abläuft. Und in der Regel ist es so, dass die Erkrankung erst diagnostiziert wird, wenn mehrfach neurologische Symptome aufträgen. Und in der Anfangsphase, wenn der Patient zum ersten Mal Ausfallserscheinungen zeigt, dann eigentlich nur ein dringender Verdacht geäußert werden kann. Und meistens erst im Verlauf dann wirklich die definitive Diagnose gestellt wird. Die Multiple Sklerose gilt heute, zumindest die meisten Verlaufsformen, als eine behandelbare Erkrankung. Als ich als Neurologe startete vor 20 Jahren, hatten wir eigentlich noch keine etablierte Therapie. Das hat sich aber in den letzten 20 Jahren nachhaltig geändert. Wir haben heute mehrere Medikamente, die wir einsetzen können, um den Verlauf der Multiple Sklerose positiv zu beeinflussen. Wir können die Krankheit nicht heilen, aber wir können zumindest Krankheitsaktivität verhindern. Auch verhindern, dass es zu einem Fortschreiten der Behinderung kommt. Und das ist eigentlich ein Verdienst der intensiven Forschung, die die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Und die sich jetzt ummünzt in Behandlungsmöglichkeiten. Es wird in den nächsten Jahren sicher so weitergehen, dass wir voraussichtlich jedes Jahr, jedes zweite Jahr, neue Medikamente zur Verfügung haben, die den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen können. Das hat natürlich auch seinen Preis. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und man muss insofern auch sehr vorsichtig mit den Medikamenten umgehen. Aber unterm Strich muss man sagen, dass zumindest die schubförmig verlaufende Multiple Sklerose, die vorherrschende Verlaufsform dieser Erkrankung, heute eine behandelbare, zwar keine heilbare, aber eine behandelbare Erkrankung darstellt. Kaum eine Erkrankung ist so intensiv beforscht wie die Multiple Sklerose. Nicht zuletzt deswegen, weil man in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse gesammelt hat und viele Durchbrüche insbesondere bei der Behandlung erzielt hat. Vieles hat sich getan, das habe ich vorhin schon angedeutet, bei der Erforschung der Genetik. Hier ist man ein großes Stück weitergekommen, hat gesehen, dass insbesondere die Immungene von großer Bedeutung sind, was die Hypothese unterstützt, dass Autoimmunität, die Aggressivität des Immunsystems gegen das eigene Gehirn, das eigene Rückenmark von großer Bedeutung sind. Man hat im Moment dabei sehr intensiv zu beforschen, wodurch die Multiple Sklerose verursacht wird. Man sucht intensiv nach den Zielstrukturen, warum greifen Immunzellen das Gehirn an und gegen welche Eiweiße im Gehirn richtet sich diese Immunreaktion. Diese Untersuchungen sind im Gange, da gibt es jetzt noch keine definitiven Ergebnisse, aber da bewegt sich im Moment sehr viel. Und wo sich natürlich auch sehr viel bewegt, ist in der Therapieforschung. Es gibt große Durchbrüche, was Medikamente angeht und ich erwarte mir in den nächsten Jahren eigentlich kontinuierlich neue Substanzen, die zur Behandlung der Multiple Sklerose auch der selteneren Verlaufsformen einsetzbar sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017